Jesus wird versucht. Eine Geschichte aus dem Leben Jesu. Direkt nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, ging er in die Wüste. Er blieb dort 40 Tage lang, ohne etwas zu essen, und war sehr hungrig. Da kam der Feind Gottes, der auch Teufel genannt wird, und redete mit Jesus. Er wollte ihn dazu bringen, einen Fehler zu machen und sich von Gott zu trennen. Er fragte ihn also, du bist doch Gottes Sohn, oder? Hier liegen ein paar Steine herum, verwandle sie doch einfach in Brot, dass du etwas zu essen hast. Jesus erwiderte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Gottes Worten. Das steht in der jüdischen Bibel, der Heiligen Schrift. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf das Dach des Tempels in Jerusalem. Spring herunter, sagte er, denn in der jüdischen Bibel steht auch, dass dem Sohn Gottes nichts passieren wird, und er von Engeln aufgefangen wird. Jesus antwortete, ja, dort steht aber auch, dass wir Gott nicht herausfordern sollen. Als letztes nahm der Teufel Jesus mit auf einen hohen Berg. Von dort aus konnte man die ganze Welt sehen, alle Länder und Königreiche. Aber Jesus sprach, geh weg, Teufel, denn ich werde nur Gott allein folgen und nur das tun, was er mir sagt. Als Jesus diese Tests bestanden hatte, verließ ihn der Teufel. Jesus ging danach aus der Wüste hinaus und in die Städte und Dörfer der Umgebung, um den Menschen von Gott zu erzählen. Jesus ging danach aus der Wüste hinaus und in die Städte und Dörfer der Umgebung, um 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 die Städte und Dörfer der Umgebung. Vielen Dank.